Im nächsten Video entdecken wir zusammen, wer in den Microsoft Teams an Onlineklassen eine Gruppe schaffen kann. Wir gehen auf Seite 365.education.lu, scrollen und rufen und klicken auf ConnectEVU. Als Schüler melden wir eisem am iam.school.lu und Als Lehrer melden wir eisem am iam.365.education.lu und Wenn das Gerät, ob dem der ihr euch ummeldet, ihr euch nicht gehört oder gefragt geht, für das Passwort oder die Ummeldung zu speichern, dann klicken wir auf Nein. Lassen wir mal Teams an der Löschen wir den Apps raus. Sobald ihr eingeloggt habt, dann hört ihr links am Menü verschiedene Funktionen. Ich kann hier noch eine Lokalversion vom Teams installieren, an dem ihr ohne Links auf den Button Download klickt. Für uns zu fangen als Enseigner erstellen wir eine Klasse, grob, an dem man auf den Button Join oder Create a Team klickt. Und dann wählen wir die Option, die am besten passt. An eisem Fall also den Klasse. Wir benennen die Klasse und können eine so gute, zusätzliche Beschreibung erfüllen. Und dann füge ich mal die Schüler und dann sehen wir eine Klasse, die wir erstellen wollen. Und dann hört ihr die Möglichkeit, direkt Material in Europa zu laden, nach weiteren Tutorials zu gucken oder nicht auf dem Grupp General nach einem Kanal zu schaffen, wie z.B. der Forscher noch. Und dann auf der Seite kann ihr direkt aufhängen, nach Chatten, eine Videokonferenz starten, also weiter. Wo aufeinander liegt, hört in Achse ob Dateien am Teams und noch viel weiter Klasse-Tools. Bei Assignments geseit den Dables-Opträschen, die aktiv sind. Am Kalender können wir in jungen Fasco löschgehen, die sich mit dem Office trennen von 65 Kalender delen. Bei Files geseit den all Dateien, die an der Lesbe abgeschufen. Noch weiter Funktionen sind ob der Desktop-Version vom Teams und noch ob der Smartphone-App zu fangen. Da problematische Kont jossten. Das ist ein anderer登 mit dem Hof. Da reformatische Kont-Tools für die